Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghost Exile. So, wir haben hier voll... Direkt im Eingangsbereich haben wir Dunst übrigens. Können wir direkt eintragen. Oh, ich hab so'n Durst, ey. So, ich hab mir letztes Mal einen Rover gekauft und musste jetzt feststellen, ich kann den Rover nicht bedienen, weil ich dafür eine AI brauche, die ich mir kaufen muss. Aber mein ganzes Geld ist für den Rover draufgegangen. Möchtest du den Ausweis nehmen? Äh, ne, kannst ruhig, kannst ruhig einstecken. Der ist leicht. Okay, danke. Der Geist hat hier das Licht angemacht. So, und dadurch, dass ich ja kein Geld mehr für die AI hab, ist der Rover useless. Kannst du mir antworten? Bist du hier? Keine Antwort. Ja, das ging ja schnell. Ja, das ist schon mal ein Standpunkt, ne? Wo bist du? So. Ah, Mann, ey. Du bist oben? Ne, aber jetzt gleich. Jetzt bin ich oben. Okay, irgendwas hat hier gerade die Kiste. Ist aber nix drin, ne? Ah, hier sind Schlüsse, IMF 3, Radio, IMF 3. Balkonzimmer, ja? Ja, mal wieder. Okay, ja, ich bin schon dabei, neue Sachen zu holen. Es ist IMF 3, Halmon. Dass das Licht aussieht. Hier flackert es. Oh, IMF 4, ja, Jesus, was wird das hier? Hier flackert das Licht. Es kommt die Musik. Auf der Tanzfläche herrscht Grimm. Gebogene Menschen, das Rückgrat gebrochen. Wo bist du? Bist du hier bei uns? Nach dem Tanzenhaus. Gib mir ein Zeichen, please. Gib mir ein Zeichen. Kannst du mir antworten? Dankeschön. Kannst du mit mir reden? Kannst du mir antworten? Kannst du mir antworten? Kannst du mit mir reden? Bist du hier? Wie bist du gestorben? Gib mir ein Zeichen. Kannst du mir antworten? Bist du hier? Kannst du mir antworten? Rede mit mir. Bist du hier? Keine Antwort. Ja, geh dir richtig auf den Sack, Junge. Ich? Ja. Ja, danke. Nee, ihr, geh ihr mal richtig auf den Sack, habe ich gesagt. Nee, die kann ruhig mit dir feindselig aufnommen. Alter. Halt, halt. Nicht antworten. Da ist nix, hab ich schon geguckt. Okay. Irgendwas fliegt? Hä? Mein Vogel. Hä, das ist mein EMF-Dub-Vogel. Achso. Also irgendwas stimmt bei dir im Kopf wirklich nicht. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ne? Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Gott, Gott, Gott. Was ist los mit dem Dude, ey? Okay. Wo bist du? Achso, warte mal, ich kann ja mal gucken, wie die heißt, ne? Hä? Jasmin. Welches Tier springt höher als ein Haus? Ethan Wilson und 25 Jahre. Okay. Tür? Welches Tier springt höher als ein Haus? Patrick. Das Spiderschwein. Nee. Wie waren hier irgendeine Türen? Schreib ins Buch. Soll ich auflösen? Na? Jedes Tier in ein Haus kann nicht springen. Mhm. Eine Schnecke kann auch nicht springen. Padimm. Wow. Jasmin, Jasmin. Was wird so? Ja, hast du mir jetzt aber hier meinen Joke kaputt gemacht, wa? Ach, öfter mal. Ist ja nicht schwer. Jetzt, jetzt fühle ich mich wie der Typ, der, äh, der immer Leute auf ihre Intelligenz fragt, indem er sagt, heißt es der, die oder das gerade Kurve? Ja. Und dann wird er gefragt, wie es denn heißt, und er sagt, ne, ne, natürlich die gerade Kurve. Oh, im F4? Ja, in der Küche fliegt es, ich habe keine Kamera. Oh, vielleicht schaffe ich das noch, ich glaube aber nicht. Okay, okay. Wo ist er denn jetzt? Unten, oder? Äh, noch nicht fallen lassen, noch nicht fallen lassen. Uh, das war knapp. Sieben Grad, aber dann ist das aber nicht hier mit den Grad, oder? Schreib ins Buch. Ich habe hier oben nur so aufgebaut, übrigens, ne? Boah, der Typ. Das war so ein, so ein blinder Versuch, als ich reingekommen bin und das hat so geklappt, weil ich gedacht, ajojo, hast'n lauter Kipp. Du kannst hier heute alles machen, hä? Das läuft von allein, aber irgendwie bin ich mir da nicht mehr so sicher. Hast du denn das Reacher gefunden? Nein. Wo bist du, Ethan? Hunt. Was, hat er das gesagt? Nein. Ist ein Name, Ethan Hunt. So heißt es von Cruise in Mission Impossible. Mhm. Schreib ins Buch. Ganz schön viele Feuerzeuge hier, ne? Mhm. Zwei. Oh, ein Grad. Oh, oh, oh. Au. Au, da holen wir uns noch einen Zug weg. Tut, tut. Dann war ich schon wieder. Schon wieder Hubschrauber? Hä, nein. Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Hä, es brummt so komisch. Sie hantet. Ja. Sie esst, wie ihr sie. Ja, ihr. Ja, Patrick. Okay, oben sehe ich nichts. Düm. Düm. Alter, wieso ist meine Sinity bei 37? Fuck. Wieso ist deine bei 42? Fuck. Was denn? Mein Kreuz ist verbrannt. Ich hab gedacht, sie findet mich nicht. Ich war grad richtig optimistisch. Das ist ein Typ, Ethan. Weißt du's? Ja. Und, äh, wieso ist denn unsere Sinity schon so weit unten? Äh, weiß ich nicht. Das ist eine lange Nacht, das schlaucht. Oh, wir haben nur Dunst, oder was? Ich hab gedacht, der findet mich nicht. Ich hab schon Grinsen gehabt, bis über beide Ohren, ne? Na, er dachte sich, du Wichser, dich krieg ich. Ja, das hat er sich wirklich gedacht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, hat er sich gedacht. Ja. Hier ist Wasserhahn an. Hat er auch gesagt. E-M-F. Uh. Ja. Leck mich am Stizeli. Kuperle. Äh, gefrierte Temperatur. Hör auf. Er hantet. Bist du doof, die Tür ist auf. Oh. Alter, gefrierte Temperatur. Ist ja doof, ey. Ich dachte, du hast noch ein Kreuz. Und dann ist das egal, wenn wir dich opfern. Ja, haben wir schon alle Beweise? Aber dafür, dass ich überlebe. Du bist ein Egoscheißer, ey. Weißt du das? Hier, durchgelaufen. Ich hab wieder alle drei Beweise gefunden, Junge. Hey, ich hab die auch gefunden. Ach ja, welche denn, ohne ins Buch zu gucken? Laserprojektion und Gefriertemperaturen. Und was noch? Dunst hab ich auch gefunden. Ich hab die anderen beiden gefunden. da schon wieder durchgelaufen. Ja. Ich hab's auch gefunden. Ich hab nur nix gesagt. Hm, geh. Komm, Alter. Halt noch ein Sammel. Du lügst wie gedruckt, ey. Aber sowas von. Aber ich kann richtig gut lügen, ne? Nee, kannst du nicht. Das hätte ich dir ja nicht gemerkt, ey. Das fällt immer gar nicht auf, wenn ich lüge. Doch. Beim Lügen lachst du schon. Das hört sich an wie die Wahrheit. Mhm. So, wir brauchen... Aber das Ding ist gut, ne? Ja. Brauchst nicht immer gucken, den abgefriert. Temperatur ist ja piept dann. Ja, das find ich richtig geil. Also, real talk jetzt, ne? Oh. Wir brauchen drei Kerzen und einen Schädel. Einen Schädel haben wir hier schon. Der ist zwar leer, aber... Ich kann das Feuerzeug nicht mitnehmen. Äh... Bla, bla, die rot. Die rot. Welches Zeichen war denn das nochmal? Ich nehm erstmal noch Pillen hier. Nimm du auch nochmal welche. Ähm. Warte. Ich hab ja mein Kreuz noch. Nee, 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 nee. Du bist schon bei 99. Ich nehm nochmal. Ja, das A mit Zeichen. Klar. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Wo machst du jetzt? Äh, am besten oben oder so, ne? Boah. Freude, wolltest du sagen, ne? Was für Freude, ja. Was für Freude. Oh, Freude. Okay, oder? Hat doch gleich auf dem Balkon, ey. Alter. Meinst du es besser? Nein, hör auf jetzt. Achso, hast du ein Feuerzeug? Äh, warte mal kurz. Brauchst du noch Kerzen? Nee, ein Feuerzeug. Hab ich da hingeschmissen, hier. Achso, hab ich nicht gesehen. Sag doch was. Hä? Talk to me. Nö. Okay. Jetzt muss ich mal mein Ding, Mr. Lothar, machen. Oh, ich hab, ich hab das, doch, das Buch hab ich. Meine Güte, ey. Ethan... Wilson. Ethan Wilson. Hier ist Dennis. Oh, oh. Das passiert nix. Ethan Wilson. Hast du mir den falschen Namen gesagt? Nein. Hä, what the fuck? Hier steht... Hier steht... Ethan Wilson. Ethan Wilson. Ethan Wilson. Ethan Wilson. Wilson, Ethan. Hä? Hä? Wieso steht denn das nicht? Fehlt dir ne... Ne, das... Fehlt dir vielleicht irgendwas? Drei Kerzen, ein Schädel. Ne, wir haben alles. Hast du auch den Knopf gedrückt, V? Ethan Wilson. Ja. Ähm, okay, verbuggt. Wir müssen raus. Mann, das ist aber doof. Aber das ist doch blöd. Kriegen wir wieder nicht so viel Geld. So, der Ritualprozess. Der Vorlesende der Austreibung sollte in der Mitte des Siegels stehen. Stammst du doch. Ja, und dann stand da, ließ folgenden Text durch. Ethan Wilson. Soll ich's nochmal versuchen? Mach doch, ich geh jetzt nicht nochmal rein, ey. Hoch und runter gelatsche da. Ich guck nochmal, wie viel Sanity ich hab. Ja, dann nimm mein Dings mit, mein Kreuz. Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Hier, liegt hier. Im Rasen. Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Das nervt mich schon wieder. Gefriertemperaturen. Äh, dunst sehe ich hier. Unten. Äh, das sind meine Schweißreste, die ich hinterlassen hab. Eason Wilson. Schade, dass ich keine Kamera bei dir oben hab, ey. Eason Wilson. Geht nicht, ne? Nö. Eason! Lies mal Ethan. Ethan Wilson. Bebe vor Angst. Nö. Bebe vor Angst. Bebe vor Angst. Loll. Echt jetzt? Äh, er hat ne Kerze ausgepustet. Zwei sogar an der Zahl. Okay. Oh, oh, dann ist hier nicht... Wenn der Name Christus gerufen wird. In dessen Anblick die Hölle erzittert. Eason Wilson. Ne, Ethan. Ethan Wilson. Geh raus, du Dämon. Um die Feinde der Kirche zu zerstören. Wir beten, damit du uns erhörst. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Oh, er hantet. Ja, ich hab... Soll er doch kommen? Oha. Ich will das sehen, wie der aussieht. Der Ethan. Ich bin auf dem Balkon. Äh, er ist nur ne Schattengestalt. Er ist so doof, die Tür zu öffnen. Nein, fuck, er kommt raus. Ethan. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Tada. Das hast du davon, Ethan Wilson. Ja, was ist das denn für ein Schwachsinn, Alter? Wir haben Ethan Wilson vertrieben. Was für ein Quatsch, ey. Ist er Perser oder wo kommt der her? Keine Ahnung, da muss aber auch erstmal drauf kommen, dass wir den auch so aussprechen, ey. Ja, vor allem nur so durch Rumpflaxen, ne? Ja. Ethan Wilson. Und das Wilson war ausschlaggebend. Kloppt, ey. Wunderbar, wunderbar. Wunderbärchen. Gib mir eine weiße Jacke, ne Zigarre. Und dann kann ich sagen, ich liebe es, wenn ein Exorzismus funktioniert. Weil der Name, der war ja... Du bist Murdoch. Aha. So, Ergebnisse und Money einkassieren. 400 So, und jetzt kann ich mir Oh, jetzt kann ich mir, pass auf Ich gehe in die Module Scrolle ganz nach unten und kaufe mir Dieses Modul Take to Order So, das nehmen wir mit How much active lights and turn-fused box on distance This Module Allows you to view Hunter-Syndicators This module Allows you to view Order Task and completion Status Equipment money when you Warte mal This module allows you to keep your equipment money when you die Das heißt, ich kriege mein Geld wieder, wenn ich sterbe Aber es kostet mich jedes Mal 100 Bucks oder was Ne, einmalig Was denn nu Ja, alles cool, alles cool, alles cool Ist da, gekauft das jetzt oder nicht? Jo, ich hab's gekauft Und damit haben wir beim nächsten Mal Unserem Rover mit am Start Also, schaltet sehr gern wieder ein Jetzt wird's Creepy Ich wollte eigentlich sowas sagen wie Independent oder Nutristic oder Iron Man mäßig Ich bin wie Tony Stark mit dem Ding Das hat eine AI Ja, jetzt bin ich gespannt Los, mach ich Schaltet sehr gern nächstes Mal wieder ein Wir würden uns freuen Bis dahin, mach's gut Ciao Ciao